Mein Name ist Bernd Ludwig und ich freue mich auf die achte IBA mit meinem HAUF-Team. Wir haben natürlich wieder unsere Backstube am Start. Das Thema Energie steht ganz weit oben und es gibt so viele neue Dinge zu bequatschen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, euch alle bei unserem Stand begrüßen zu dürfen. Aber das ist ja safe. Das schneidest du, oder? Das ist IBA-Zeit.